ok wenn das mal keine begrüßung ist und damit willkommen zurück zu minecraft hardcore wir befinden uns hier weil ich euch ein bisschen was zeigen muss ich habe ein bisschen getüftelt weil ich mit der guardian farm ja gar nicht zufrieden war huch da ist der wandering trader da müssen wir gleich mal ansprechen aber ich habe festgestellt ich war das ich habe das ich habe generell das war total bescheuert was ich alles gemacht habe ich habe jetzt den kompletten raum hier umgestaltet damit wir mit dem seelensand der schwimmt hier hoch in die strömung wenn sie dann aufhören sich zu wehren fallen sie hier runter und sobald sie dann wieder schwimmen schwimmen sie hat entweder ins portal oder wieder in den seelensand und werden wieder hier praktischen zum kreislauf rein gepackt und alles was hier drin spawnt wird auch ziemlich zuverlässig hier in portale geschwemmt das hatte nur einen nachteil moment gewitter wäre nice weil es gibt tatsächlich eine wie ich festgestellt habe ein carpet mod tweak mit dem guardians zu elder guardians werden wenn sie vom blitz getroffen werden also man könnte auf diese weise elder guardians fahren so aber das ding was ich dann machen musste aber sich total gelohnt hat das ding ist nämlich genau hier sind unsere ganzen guardians ich finde es nur schade dass ich hier keine kamera hinstellen kann während ich in der anderen dimension bin und hier einfach das ganze zeug rauskommt aber das ding ist die hopper sind dann alle vollgelaufen deswegen musste ich eine zweite linie ziehen sieht man jetzt von hier aus nicht aber von hier und habe ich das sortiersystem überarbeiten müssen damit wir halt auch das ganze zeug weg kriegen aber jetzt okay ich habe gut ich hatte ganz kritik ist mein doch hier habe ich noch kristalle doch ich habe noch genau das ist mir so ungewohnt weil hier ist dass die kristalle drin sind aber jetzt haben wir zweimal später zweimal kristall und einmal fisch auf jeder seite und der rest geht in hier in den dropper rein ja das heißt das ding ist jetzt in der stunde oder zwei kriegen wir jetzt locker so viel raus wie vorher halt in der ganzen nacht was einfach extrem praktisch ist wegen des zielantern bedarfs den wir durchaus haben und noch haben werden und gerade weil für die für die bastion was ich da vor aber werden wir auch prismarin brauchen und die vorräte die wir vom ozean monument noch haben ich bezweifle dass die gereicht hätten so wir gehen einmal kurz zurück zu crossroads tempel alldea austria willkommen zum stream heute wieder baustream genau die statuen da sage ich auch gleich noch was zu ich habe heute wieder einige videos zum thema mod nicht montags datapacks gesehen auch zum thema ozean archäologie und vor allem das deep dark das deep dark teil ist überhaupt nicht hardcore freundlich aber irgendwie will ich es also wenn wir irgendwann noch mal eine neue welt machen müssen und ich dann überhaupt noch bock habe dann müssen wir auf jeden fall irgendwie mit den datapacks beschäftigen nur das ding ist drei davon sind davon gleichen mache aber sind anscheinend nicht komplett anscheinend ist miteinander kompatibel außerhalb er hat was am patient wohl kombinierte version war darauf geachtet hat aber es ist wohl so dass es sonst probleme geben kann was ich ein bisschen weird finde weil das ding mit mit datapacks ist ja echt dass sie sich nicht gegenseitig beißen so was wir kurz machen müssen ist hier die zwei schulker boxen leeren dass die und die hier weil die habe das zeug habe ich gekraftet als ich das diese systeme halt leeren musste und haben wir müssen damit noch stein reinballern stein haben wir nicht genug na ach ja was man übrigens auch sagen kann ich habe wieder eine funktionierende maus so wenn ich jetzt so schnell scrollen aber man merkt die maus hat jetzt nicht mehr jedes mal einen schlag anfall wenn ich das mausrad berühre es ist wundervoll ich muss mich jetzt daran gewöhnen dass ich auch wieder mit dem mausrad dass die hotbar bediene und nicht immer die zahlen drücke so boah so viel ist die lanterns so hier müssen wir jetzt stein reinpacken ja aber du musst verstehen die die chinchillas haben haben keine sensoren also das funktioniert nicht so gut am pc außerdem sind sind chinchillas mäuse ist nicht ohne grund auch woll mäuse es kommt gerade so hin was ne kommt nicht ja wir kriegen es nicht komplett voll weil noch einiges hier im sortiersystem drin hängt aber es sollte hoffentlich genügen wir kriegen ja noch ein bisschen was aus der einen statue zurück so die statue werden also ich glaube die die wir schon gebaut haben wird ein bisschen schwierig weil wir da noch nacharbeiten müssen die andere da können wir halt direkt richtig bauen das ding ist ich werde da definitiv eine webseite referenzieren müssen damit ich mir den skin den ich nachbauen will oder die skins in 3d angucken kann aber ich werde auch für euch gleich bilder verlinken dass ihr seht was dabei rauskommen soll man kann alles ab jetzt hier anschließen kann eigentlich machen die das was sie wollen und ich weiß was bin ich möchte genau wobei jetzt tatsächlich jetzt wo wir die zwei streithähne wieder zusammengesetzt haben jetzt tun sie so als könnten sie sein kein sandkörnchen drüben und sind ja immer lieb aber jetzt dafür machen die anderen zwei jetzt machen jetzt nachts gerne mehr lärm dass ich überdenke streiten sie sich jetzt doch und dann gucke ich und die zwei sitzen in dem sandbad und sind gechillt und ja anderen käfig sind sie dann lärm machen so wir haben stein jetzt muss ich nur gucken hatte ich habe auch zyanglas mir geholt ja das ganze zeug benötigen wir zyanglas benötigen wir jetzt auch noch zyanglas genau das hier den smooth song können wir schon fast wieder wegräumen nein wir sind noch ganz drauf genau so sind sie so sind sie pass auf wir müssen nur gerade gucken müssen ein bisschen traden hier weil ich noch nicht weiß wie wir es mit den mit den farben ich glaube das blues das dark blue werden wir glaube ich nicht brauchen so da fangen wir an es wird zeit dass ihr erfahrt wer das wird flash hin funktioniert das ähm manually unpin ja genau sieht man das wo sie das mit dem bild jetzt brauche ich nur das problem ist ich brauche den zweiten wobei warte ich mache es anders ich kann den skin editor auf ein zweites fenster dann machen wir da so machen wir ein bisschen kleiner da ich brauche ja nicht das komplette obs fenster da versuchen wir aber erstmal die vordere ansicht so und ich muss jetzt halt bedenken es ist im doppelten maßstab das heißt die da pixel sind vier blöcke so pass auf die ersten fünf reihen sind bei auf allen die ersten vier reihen sind es drei okay die hintere äh diese seite ist komisch jetzt muss man noch links und rechts sich um ja 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 wir machen erstmal die vorderseite also erstmal die beine so auf wir sind hier in der mitte zwei drei vier vier und dann fünf hoch drei vier ja das problem ist hier mit dem scaffolding das fackt mich gerade maximal ab die markiere ich mir jetzt am besten die die teile mit 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 auch nochmal mit scaffolding naja das funktioniert so halbwegs dann habe ich zumindest so ein referenzpunkt ich muss sagen ich mag scaffolding von der anwendung her irgendwie nicht so wirklich zwei drei vier drei vier fünf also wenn ich das richtig sehe brauchen wir die hier dann brauchen wir auch die nächsten zwei so die ecken werden natürlich ein bisschen äh bisschen imperfekt imperfekt das ist leider nicht zu ändern zwei da brauche ich nochmal zwei also ja meine zählweise ist ein bisschen weird nicht wundern oder das ist Jawohl. Wenn du damals, wie angekündigt, nicht streamst, ist das der letzte Team heute im September, oder? Ja, müsste. Samstag ist schon Oktober, oder? Nee, warte. Samstags steht sowieso noch gar nichts fest, also ist sowieso, ne, aber... Warte, wir machen kurz Tierplatz. Wir wollen ja nichts verschwenden. Samstag, genau. Ja, Samstag ist auch sowieso immer so eine Sache. Das ist eher so ein Bonus-Ding. So, pass auf, ich hab den. Dann haben wir... Was sagst du? Das schließt auch der Wilds. Nein. Da hast du was falsch verstanden. So, hier. Dann eins, zwei. Eins, zwei. Jawohl, es funktioniert soweit. Einer hoch, noch einer hoch. Und dann... Der hier noch. Flami, danke für die, äh, für die zehn verschränkten Subs. Damals haben wir auch das Sub-Goal erreicht. Das heißt, wir haben wieder einen... Emote-Slot. Ich muss sowieso gucken. Ich glaube, ich hab sogar noch ein paar Emotes dort. Wir müssen mal gucken, wie wir die füllen. So, wenn ich jetzt richtig... Genau. Genau, sehr schön. So, wir müssen hier ein bisschen... Ich bin mir noch nicht mit der Farbgebung noch nicht so sicher, die wir jetzt hier anstreben. Aber Dunkelblau passt für den Charakter jetzt so gar nicht. So, wir müssen mal... Jetzt müssen wir mal ganz kurz, weil wir hier den geschenkten Sub haben, die Liste führen. So, pass auf. Ähm... Huch. So. Einmal. Hat Dosenhering keinen Baum gehabt bis jetzt? Bei Tees bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er einen hatte. Oder haben wir ihm letztes Mal aufgeschrieben? Pass auf, jetzt müssen wir mal ganz kurz... Äh, boah, ist das ganz kurz. Wahrscheinlich da wird es sehr viel, äh, viel zu lange brauchen. Kann der Chat jetzt mal kurz bitte, also nicht automatisch runterspringen? OBS, bitte, ich möchte gerne den Chat lesen, nicht, äh, runterspringen, weil, äh, jedes Mal, wenn der Nachricht kommt. Ähm, sonst fragt er dich jedes Mal, ob ich das möchte, jetzt wo ich es einmal was schreiben müsste, fragt er mich nicht. So, dann haben wir Bronze Pixel. Motoko 1, 1, 1, 2, das klingt nach einer Messeffekt-Anspielung. So, Creative Element hat auf jeden Fall schon einen Baum. The Dexos, Dolby 5. Habe ich, habe ich jetzt zwei Mal aufgeschrieben? Nein. Ami wollte nur wieder Erster sein, äh, sein, äh, beim, äh, Subsverschränken. Ja, ist ja auch, äh, durchaus okay. So, pass auf, doch, Dumper hat tatsächlich schon einen Baum. Hat Thies schon einen Baum? Ja. Was, den habe ich jetzt am Ende weggemacht? Stolby 5, so rum. Dann, hat Dosenhering. Nein, Dosenhering hat nicht. So, der Rest kommt mir auch alles nicht bekannt vor. Das heißt, ich habe einiges an Bäumen, die ich zu bauen habe. So, jetzt brauche ich aber wieder die, äh, die Ansicht vom Skin Viewer. Danke. So, die Frage ist, wie machen wir das mit der Farbgebung? Ich mag das sowieso gar nicht. Das Ding ist, Cyan, der Skin hat ja ein bisschen hellere und ein bisschen dunklere Stellen. Ich habe aber das Gefühl, für die helleren müssen wir das Cyan nehmen und dann Light Blue. Und dann hätten, wenn wir wirklich dunkelblau hätten, müssen wir das dunkelblaue Glas nehmen. Und dann brauchen wir das cân ja auch immer ein bisschen. So, dadurch, dass wir ein bisschenроid nehmen. größere Felder haben. Boah, ich hoffe, dass das gut aussieht mit den Zweifarben. Was mache ich hier eigentlich? Erstmal müssen die Seelaternen hin. Nein! Kein Glas verschwenden, bitte. Das wäre nicht gut. So. Jetzt nochmal richtig. Aber wir können hier auch als Shader spielen, weil wir haben keine Lightmatica Schematic. Zumindest in dem Fall. Es wird auf jeden Fall praktischer, wenn wir sie dann bei den späteren Statuen von Anfang an die Färbung einplanen. Nein! Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schalt mal Abo-Chat an, Spinny. Stufe 3. Mhm. Kann jetzt. Dankeschön. So. Oh, wenn Creative es nicht will, müssen wir das ja eigentlich machen. Wir wollen hier keinen reichen Mono holen. Nicht? Bist du dir da sicher? Are you sure about that? So, da fehlen aber noch zwei Pixel. Hier kriege ich es jetzt hin, dass der auch an das Teil richtig dran baut von unten, ne? Jetzt so im Chat mitschreiben für 20 Euro im Monat. So, ähm. Ja, räume ich das Vorstellungsvermögen. Einmal bitte reinkicken. Hier. Und hier. Verdammt. Genau das wollte ich vermeiden. Es färbt jetzt sogar irgendwie das Licht ein. Also, irgendwie ist das, funktioniert diese ganze Geschichte ein bisschen komisch. So, pass auf. Hier unten hatten wir wieder die Geschichte. Ja, so das Gefühl kenne ich leider. So, wir sind mal ein bisschen kreativ hier. So, wir sind mal ein bisschen kreativ hier. Oh, jetzt reinko ich hier. Ah, ich hoffe, dass das Distanz gut aussieht. Vor allem, wenn man sich die Pixel anguckt, dann überlegt man, ab welcher Färbung man einen Farbwechsel macht. Gibt es hier im Chat überhaupt noch jemand, der sich zwischendurch noch Werbung ansehen darf? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Okay. Okay. So, jetzt kommt natürlich gerade die Nacht, das ist ganz gut. Gibt es schon ein neues Sub-Ziel? Nein! Nein! Wann hätte ich das jetzt einstellen sollen? Ähm. So, fuck. Okay. Okay, das reflektiert... Okay, es reflektiert gerade perfekt die Sonne. Deswegen, ich dachte schon, was habe ich denn da gemacht? Ah, aber ich finde es so krass sieht man den Unter... wenn man jetzt so nah ran zoomt, aber ich finde selbst da ist der Unterschied nicht so krass. Und jetzt? Ja? Hat schon was. Man müsste sich überlegen, ob man die Färbung vom Sockel noch ändert. Weil die dem nicht mehr so richtig... nicht mehr so richtig übereinstimmen. Okay, ich dachte schon, aber optische Täuschung. So, dann Beine. Linke Seite und rechte Seite vor allem. Muss ich die Ansicht einmal drehen. So, pass auf, wir haben... Drei... Auf die Weise zählen ist Kacke. Kann man einfach nicht anders sagen. Looking at Block. 76, dann aber 78, 80, 82. Da müssten 83 und 84 die nächsten sein. Jetzt noch eine Doppelsprung Beacon hier haben. Wäre natürlich total praktisch. Deswegen haben wir das auch nicht. So, das hier ist jetzt eine leichte Imperfektion, weil hier halt die Ecke ist. Deswegen, also normalerweise dürfte von der Seite aus nichts sichtbar sein. Aber das ist okay. Welche Werbung? Ich habe keine gesehen. Also, seit wann hat Twitch denn Werbung? Sowas widerliches. Das würde doch Jeff Bezos niemals zulassen. So, hier an der Stelle ist es einfach. Ach, hier machen wir auch nur das Zyan. Wollen wir da hin? Wollen wir da hin? Wollen wir da hin? Wollen wir das reiche Leute her wunderschalten? Ja, die haben es doch am wenigsten nötig. Das ist nötig. Darüber geht es ja auch noch weiter. Wenn ein Geschäftstreiber für ein anderes Unternehmen hat das am höchsten Mal unprofessionelle Eigenwerbung, geht natürlich klar. So, pass auf. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Ja, ist eins falsch. Ah, wie ich es liebe. Ja. 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 Ja, ja und dann müsste es ja hier perfekt aufgehen. Ja. 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 Oh! So, dann machen wir nochmal die Spitzhacke. Die haben wir natürlich nicht in die Hotbar gepackt, sondern einfach irgendwo ins Inventar. Moment, nein, wir machen die hier komplett in hellblau. Und die anderen machen wir ins Türen. Okay. 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 So, hier. Wir gehen erstmal auf die andere Seite. Auf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir gehen erstmal auf 1, 2, 3, 4. Wir machen den hier. Okay, und bei ihm ist das dann wie so ein F. Adonikörperzeichnungen sind leider echt kompliziert. Okay, pass auf, dann machen wir es so. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Es fuckt mich langsam ein bisschen ab, also dass Sea Lanterns nicht als Tool für die, also nicht als Abbaublock erkannt werden für die Spitzhacke, das ist einfach nur Abfuck. Oh! Oh! So, dann haben wir hier. Der ist wieder hell. So, und dann machen wir die hintere Seite von den Beinen. Das sind zwei komplexere Teile. Ich bin mal gespannt, ob wir mit dem anderen, also ich bin mal gespannt, ob wir alle vier heute schaffen. Ich hoffe, dass wir mit den anderen ein bisschen schneller sind, weil wir sie halt von vornherein halt korrekt bauen können. Zwei, drei. Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Warum baut er den jetzt nicht in die Höhe? So, wofür wir? So. So, ja. Okay. Dann der und der hier. So, ich lasse es aber erstmal noch, wenn wir dann gleich sehen, ob es korrekt ist. So, der hier ist, den machen wir wieder zu jetzt. So, eins, zwei, dann hier, dann zwei hier runter. Seite, noch einer. Seite, der. So, ich lasse es jetzt. So, Moment. So, der ist wieder ein bisschen dunkler. Wir sind alle ein bisschen dunkler. Ganz ehrlich, ich darf mir, glaube ich, einfach auch nicht zu viele Sorgen um die Farbgebung machen. Weil perfekt kriege ich sie mit zwei Farbtönen sowieso nicht hin. So, ich werde einen Bock beten. Okay. So, kann ich die hier wegmachen? Ja, dann tun wir das auch. Keine unnötigen Lichtquellen. So, hier brauchen wir wieder das ein bisschen dunklere. Okay. 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 Vielen Dank. So, die Beine sind durch. Hat der irgendwas an den Fingern? Oh Gott, blässt es wirklich nicht. So. Die Homepage ist ein bisschen bescheuert. So, wenn du sich mit dem Cursor falsch bewegst, dann kannst du nämlich, dann bleibt nämlich das, dann dreht sich die Statue halt immer weiter, also das Modell. Das ist ein bisschen Abfuck. So, jetzt da oben natürlich am geschicktesten hinzukommen, ohne dass man ständig fliegen muss. Das wäre natürlich jetzt geil. Oder wir versuchen es erstmal am Crop. Das ist ein bisschen Abfuck. 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 So, ich muss mir das kurz vorstellen. Und dann... Und dann... So, wir müssen uns jetzt richtig... Genau, sehr gut, das funktioniert. So, wir müssen uns jetzt... So, wir müssen uns jetzt... So, wir müssen uns jetzt... So, und das jetzt auch noch auf der anderen Seite. So... So, wir müssen... So, wir müssen uns jetzt... 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 So, und da sind wir auch gerade bei den Augen... So, wir müssen uns jetzt... So, wir müssen... 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 Ah, also das ist nicht wirklich aussagekräftig. Machen wir den hier. Ne, das ist, glaube ich, oder? Es könnte zu dunkel sein. In dem Cyan. Jetzt ohne Scheiß, wo sind die, äh, ist die, äh, ist die, äh, die Mauer hin, die ich... Oh, warte, es ist nicht ins Wasser gefallen, oder? Weil, äh, ich hier über dem Rand bin. Das. Die sind abgezählt. Es geht nicht, dass ich die jetzt herliehe. Da schwimmt etwas, und es leuchtet nicht. Na, also. Kill man in Warden. Äh, in dem, in dem Deep Dark, äh, Datapack muss man das sogar. Und dann kommt sein großer Bruder. Dann kommt, äh, kommt nämlich der Keeper. Und dann kommt, äh, attip roti. Und dann kommt, Imperialmetlla cap Revelation 1. Und dann kommt, äh, los zu bestimmten soggoß. Und dann hire sich bei endless Verletzbäcker. Dann kommt, äh, los zu d proces. Und dann kann ich, wie der Bein characters кар vad er und meine Mannschaft für Joe. Und dann kommt, äh, los zu d approximer opportunities. Und dann kann ich das wohl nicht. Dann versuche ich ja, alle sind ja immer nach dem Gröruk. Ach, das ist Blödsinn, was ich hier mache. Vielen Dank. Das gefällt mir gerade nicht, wie das hier abläuft. Vielen Dank. Ich würde auf jeden Fall, weil es sowieso nur so eine kleine Ausbuchtung ist, würde ich es nur einen Block breit machen. Das ist ja praktisch dieser zweite Layer, den alle Skins haben. Wir lösen das dann hier an der Seite. Hier haben wir den Vorteil, dass wir das hier auch mit nutzen können. So, wie weit geht das runter? Eins, zwei, drei. Ich finde das immer total schwierig, die zu zählen. Das ist ein wichtiges Detail, weil tatsächlich die Hörner bei den Adoni halt Aussage darüber gegeben, wie alt der die Person ist. Ja, so richtig perfekt wird es aber nicht. Ja, so richtig. 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 Ich hoffe, dass das gut aussieht, was ich hier mache. Ich muss es komplett verschieben, oder? Wie lassen wir es räumlich aussehen? Verdammt. Aber das hier sieht gerade kacke aus. Ja, so richtig. Ja, so richtig. Nee, es muss mit hier rein, das geht nicht anders. Sonst schneidet es sich mit der Ecke, das funktioniert nicht. Also vorne im Gesicht kann man es machen. Ich glaube, da geht es, aber an der Seite kann ich es nicht machen. Ich glaube, da geht es nicht. 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 Na gut, wir lernen hier zumindest schon mal für die Nächsten. Ich glaube, da geht es nicht. Ich glaube, da geht es nicht. Nee, nicht die Schaufel. Die Schaufel, auch wenn sie Silk Touch hat, für Glas einzusetzen, fühlt sich falsch an. So, was habe ich gesagt? Die hinteren sind ein bisschen heller und die sind dunkler. Und dann haben wir die Musterungen, die auch in der Serie präsent sind. Ich glaube, da geht es nicht. Das hast du schon ein bisschen, das ist schon wieder der falsche Farbton. Also zumindest die Augenfarbe muss stimmen, das geht nicht anders. Ja, das sieht korrekt aus. Und den vorderen Teil vom Horn machen wir dann auch so. Ich glaube, da geht es nicht. Wie sieht das hier aus? Okay, da ist jetzt gerade Scaffolding im Weg. Ich finde, beim Horn sieht das irgendwie nicht richtig aus mit dem Farbwechsel. Obwohl der ja eigentlich auch originalgetreu ist. Aber das sieht nicht schön aus. Not genau, ich glaube, hier müssen wir uns auf einen Farbton festlegen. Wenn ich mich mit dem Rest des Körpers angucke, der darf ruhig ein bisschen variieren. Das fällt, glaube ich, im Großen und Ganzen nicht so auf. Aber das Horn und die Hörner und die Augen, die sind wichtig. Ich glaube, das ist 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 wichtig. Vorerst zumindest. Aber wie gibt es? Aber der Sockel leuchtet. Das ist total schön schon mal. So, dann machen wir noch gerade das Horn auf der anderen Seite. Ja, jawohl. Ja, jawohl. Ja, jawohl. Haben wir es auf der anderen Seite auch so gemacht? Ja, haben wir. Ich glaube, ja. 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 Das war's. Untertitelung. BR 2018 Moment, wir müssen mal kurz hier Platz schaffen. Moment, wir müssen mal kurz hier Platz machen. So, pass auf, wir müssen es, wenn wir es hier haben. Ja, super. Na, wir können es zumindest erst mal auf eine Lichtquelle reduzieren. So, hat er aber, hat er nicht im Hinterkopf auch noch? Das müssten wir jetzt mal gerade wissen. Nein, im Hinterkopf sind keine Markierungen. Dann wird es Zeit für den Oberkörper. Womit wir da bei dem Problem sind, dass wir, dass wir da nicht drankommen ohne Scaffolding. Okay. Ja, 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 okay, ich war jetzt nur irritiert wegen der Glasreflexion, sah es mir aus, als wäre ich hier schon über, aber es ist genau richtig, ja, ja, okay, ja, 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 dann machen wir es so rum, ja, 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 so, jetzt den ganzen Weg nochmal für die Verglasung, ja, ja, so, jetzt machen wir hier mal so einen halben, so, da können wir gleich drauf landen, escenichern, so, genau, ja, ja, Jó, ja, 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 Untertitelung. BR 2018 So, wie viel Skyfalling habe ich verloren? Gar nichts, wow. Na ja, aber so viel Light Blue Stained Glass haben wir gar nicht mehr. Da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen, boah, vier Stacks. Das könnte gerade so hinhauen. Das Ding ist, das wird nie und nimmer so aussieht, wie ich es haben wollte. Das glaube ich jetzt schon nicht mehr. Das Ding ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Das Ding ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Das Ding ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Noch mal was trinken. Noch mal was trinken. Ja, hier können wir auch mit Sian arbeiten. Ich hoffe, dass das halbwegs brauchbar aussieht. Ich hoffe, dass das halbwegs geht. Ich hoffe, dass das halbwegs brauchbar aussieht. Ich hoffe, dass das halbwegs geht. Ich hoffe, dass das halbwegs geht. Ich hoffe, dass das halbwegs geht. Ich würde nicht sagen, dass ich richtig happy bin, aber ich glaube, viel besser würde es auch nicht mehr. Ich hoffe, dass das halbwegs geht. So, wie ist das? Nein, ich werde dem Skin ja nichts ändern. Ich werde den nur drehen. So. Hier ist schon mal gut. Gut. Weil da geht es gleich nämlich weiter, wenn wir dann die andere Seite vom Arm uns angucken. Ich werde das halbwegs machen. Ich werde das halbwegs machen. Also, dass das halbwegs mache. Kameras auch nicht mehr drauf. Ich werde das halbwegs machen. Das halbwegs machen. Ich werde das halbwegs machen. Moment, was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich muss noch eins tiefer. Okay. 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 Präzisionsfliegen ist so eine Sache. So, jetzt imagine einfach mal, wie das jetzt laufen würde, wenn Phantome noch an wären. So, jetzt machen wir das. 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 So, ich habe das Gefühl, hier auf der Seite ist aber tatsächlich mehr, ja, das ist eher hell. Aber das ist auch okay, wenn das jetzt hier komplett zu hören ist. Einfach, weil es dann trotzdem einigermaßen uniform aussieht, wenn man halt von dieser Seite hier kommt. Irgendwo hier habe ich gerade, habe ich einen Fehler gemacht. Nee, habe ich nicht. Habe ich doch. Habe ich doch. Habe ich doch. Mit dem Aufschlagdämpfer von mindestens vier Metern pro Sekunde ist hier das Genickbreche erbreit. Das ist auch nicht normal, das ist auch nicht normal, dass ich dieses Gewicht tragen kann. Also, da habe ich im Zweifel ein Totem also. So. 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 So, wie sieht es gerade, okay, glastechnisch geht es sogar noch. So, wie sieht es gerade, glastechnisch geht es sogar noch. So, pass auf, wo wir gerade schon mal hier sind, Schulter. So, wie sieht es gerade, glastechnisch geht es sogar noch. So, wie sieht es gerade, glastechnisch geht es sogar noch. So, wie sieht es gerade, glastechnisch geht es sogar noch. So, dann zum anderen Arm. Die Leiter hält auch noch gut. Gott, beim Arm fehlt ja, stimmt, da habe ich ja die Vorderseite von auch nicht gemacht. So, wie sieht es gerade, glastechnisch geht es sogar noch. Wir müssen noch ein paar höher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 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 Weil da sind ein paar Konflikte, die ich dann halt mit einbeziehen muss. Okay. 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 Okay, das ist auch, das ist in Ordnung, das heißt ich kann hier auch. Wir haben kein, wir haben keine Dinger mehr, shit, als fucking op. Ich gehe dann mal schlafen, gute Nacht Creative. Das heißt wir müssen in die, ja, Kacke. Das heißt wir müssen in Neta und das wiederum heißt, das wird bei der Replay Mod Aufnahme Kacke, wenn man die Dimension wechseln muss. Aufnahme Kacke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt ist das ganz praktisch, dass die Crafting Tables in der Lage sind, jetzt die Items zu speichern. So, jetzt ist das ganz praktisch, dass die Crafting Tables in der Lage sind, dass die Crafting Tables in der Lage sind, dass die Crafting Tables in der Lage sind, So, hoffentlich reicht das. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann haben wir den. Dann müssen wir nur noch den Rücken hinkriegen. Und den anderen Arm auch noch. Okay. 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 Vielen Dank. Okay, da mussten wir noch ein Buch. Ja, okay. Okay, das ergibt Sinn. Okay, das ergibt Sinn. Okay, das ergibt Sinn. Okay, das ergibt Sinn. Wieso? Hier fliegt ein Vieh rum, leider. Trefft mich ein bisschen in den Wahnsinn. Okay, das ergibt Sinn. Okay, das ergibt Sinn. Okay, das ergibt Sinn. Was sagen wir, dass das Mottenmittel? Nee, sind eher Fruchtfliegen. Ich habe extra schon Fallen aufgestellt. Aber ein paar sind noch schlau genug gewesen, da nicht dran zu gehen. Ich habe extra schon aufgestellt. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie gesagt, erstens sind das keine Motten und zweitens habe ich auch keine solchen Fallen aufgestellt, sondern ich habe Brandenbreinessig mit Spüdi gemischt. Und in kleinen Schälchen aufgestellt, beziehungsweise in Konservendeckeln, oder in den Deckeln von Einmachgläsern, dass die Viecher da dran gehen und dann eingehen, weil sie da nicht mehr rauskommen. Und dann, wie gesagt, die Viecher da dran gehen, weil sie da nicht mehr rauskommen sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In der Hinsicht ist er wenigstens unkompliziert. Okay, er sollte glastechnisch so gerade hinhauen. Das Glas kriege ich notfalls auch noch hier. Wir machen mal noch einen Stack. Verdammt Enderman, ihr könnt doch nicht über euren Müll abladen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nicht korrekt. Korrekt, da habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Fünf, sechs, die müssen allen eins nach unten. Die hier aber dann auch. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Oh! Ugh! Ugh! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das. Und jetzt müssen wir es noch irgendwie auf der anderen Seite hinkriegen. Und jetzt müssen wir es noch einmal auf der anderen Seite hinkriegen. Und jetzt müssen wir es noch einmal auf der anderen Seite hinkriegen. Und jetzt müssen wir es noch einmal auf der anderen Seite hinkriegen. Und jetzt müssen wir es noch einmal auf der anderen Seite hinkriegen. Und jetzt müssen wir es noch einmal auf der anderen Seite hinkriegen. Hallo. So. Und jetzt können wir es noch einmal auf der anderen Seite hinkriegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, lass mich kurz schauen. Na, mit einer Lücke. So, lass mich kurz schauen. 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 Oh! So, hier. Der auch. So, hier. So, hier. So, hier. Ah, Moment. Irgendwas mache ich hier gerade verkehrt. Nee, ist richtig. So, hier. 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 hier. So. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. Hier. So, hier. So, hier. Dann räumen wir mal kurz das Inventar auf. und machen daraus eine eigene Aufnahme, würde ich sagen, weil die ist schon über zwei Stunden lang. Dann schauen wir noch, ob wir vielleicht den anderen ein bisschen schneller hinkriegen, zumindest den zweiten, aber wir werden nicht mehr alle vier schaffen heute. Wir räumen kurz Inventar auf, das heißt können wir mal blau reinpacken. Wir räumen uns gerade eine Schulterbox. Kann das sein? Was sage ich so fragend? Fehlt gerade der Kontext. Wir brauchen eine Schulterbox! Oh, 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 oh. Ich bin mir gerade sehr unsicher mit meinen Schulterboxen. Ich bin mir gerade sehr gut. Ah, aber ich habe auch echt nicht mehr viel übrig gehabt. An Sea Lanterns stelle ich fest. Also so viel hätte ich damit auch nicht immer übertreiben können. So, wir haben die Sachen. Dann würde ich sagen als nächstes. Dann würde ich sagen. Frage ist, welche von den drei Statuen machen wir noch? Also rot, gelb oder grün? Ganz ehrlich, Enderman Briefing fuckt mich langsam auch wirklich nur noch ab, ne? Vielleicht überhaupt rot. Das ist eine Ansage, finde ich. Jetzt hast du überhaupt ein rotes und orangenes Glas. Wir brauchen unsere roten Froglights. Oder lilan Froglights. Dann ändere ich aber mal kurz die gepinnte Nachricht. So, manually unpin. Und dann muss ich nämlich auch bei dem Skin Viewer den Skin ändern. Das ist ein normaler klassischer Steve Skin. Also nicht Alex mit den, mit den kleinen Ärmchen. Wir müssen hier aber auf den Shader gerade mal verzichten. Dann... Dann gehen wir hin. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann sind wir hier hinten bei den Beinen. Eins, zwei, drei. Okay. 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 Huch, das habe ich hier versehentliche, es ist immer blöd, wenn ich versehentliche Pixel ändere, statt einfach nur das Ding zu drehen. So vorne am linken Bein. Wenn ich das richtig sehe, ist das hier. Ach so. Ja, weil das hier kein richtiger Block ist, ne? Ja, weil das hier ist, ist das hier. Ja, weil das hier ist. Ich glaube, ich muss mich immer auf ein Layer festlegen. Weil ansonsten wechsle ich die ganze Zeit und dann wird es, also ich muss mich immer vorne oder links, rechts, sonst muss ich die ganze Zeit die Statue drehen. Das ist nicht gut. Ja, der hier. Ja, das ist ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, das ist für die Vorderseite Wir müssen aber mal gerade Lightmetica umstellen Gar nicht irgendwie das ausschalten Jetzt hat die Blöcke Die ja, die extra sind Und die nicht anzeigt Ja, das ist besser Das ist viel besser So So, das ist aber, finde ich, mehr rötlich, was wir hier haben Das ist wieder so ein Mittelding gefühlt an der Seite Das ist eigentlich mehr orange Das ist mehr orange Das ist eigentlich ein Mittelding gefühlt an der Seite Das ist eigentlich ein Mittelding gefühlt an der Seite Das ist eigentlich ein Mittelding gefühlt an der Seite Das ist eigentlich ein Mittelding gefühlt an der Seite Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, es ist nicht so viel auf der Seite. Er hat an den Beinen, aber er hat nicht so viele Markierungen da. So, hier hatten wir angefangen. So, hier haben wir angefangen. So, hier haben wir angefangen. Okay, hier, das ist nur so. Dann machen wir praktisch, ja, machen wir hier einen leichten Rotverlauf. Jetzt auf der Rückseite ist das, finde ich, auch so okay, wenn der Verlauf nicht so sauber ist. Um ehrlich zu sein, wenn man es da nicht sieht. Oder dass man es nicht oft sehen wird. Okay. 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 Vielen Dank. Was mache ich hier? Es ist falsch. Was mache ich hier? Was mache ich hier? So, ich ziehe jetzt erstmal nur die Linie zur Orientierung und schaue gleich, inwieweit da schon Markierungen losgehen. Was mich gerade viel mehr interessiert ist hier, dass wir die Handfläche schon mal haben. Okay. 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 So, dritter Pixel von links, das heißt zwei, drei, der hier, der ist definitiv sehr hell. Dann haben wir da den, nee, den zweiten, nee, dritten von rechts. So, dritter Pixel von links. 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 So, dritter Pixel. So, dritter Pixel von links. So, dritter Pixel. So, dritter Pixel. So, dritter Pixel. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, hier habe ich nicht eingeplant. 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 Zwei, eins, zwei. Okay, hier habe ich nicht eingeplant. Okay, hier habe ich nicht eingeplant. Okay, hier habe ich nicht eingeplant. Okay, das sind falsche Blöcke. Okay, deswegen macht er das gerade kaputt, aber das ist okay. So, rechter Arm, Vorderseite. Ich finde es auf jeden Fall so wesentlich angenehmer. Okay, hier habe ich nicht eingeplant. 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 Okay, hier auf dem passiert nicht so viel. Die ersten sechs Ebenen. Okay, hier habe ich nicht eingeplant. Okay, hier habe ich nicht eingeplant. Okay, hier habe ich nicht eingeplant. So, das sind zwei. Ja, ich muss gleich da drüben noch ein bisschen was beheben, glaube ich. Weil da, wo es um die Ecke geht, habe ich ja trotzdem Glas gemacht, nur halt nicht unbedingt immer... Ich weiß nicht, ob man es da sieht. Hoch. Okay, mit Fast Right Click ist das absolut Earrape. Okay, man sieht es von hier aus nicht. Ich muss vielleicht noch ein paar Korrekturen vornehmen, weil sonst würde mich das stören. Oh. 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 Hier wohnt eine Lupe raus und sieht, dass Glas lang jetzt ein Fernglas wird und so hört sich das an. Ja, das klang schon so ein bisschen nach Kaugummi. Ja, das klang schon so. So, wir drehen einmal. So, dann ist das jetzt einmal komplett. So, dann ist das jetzt einmal komplett. So, dann ist das 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 einmal komplett. Okay. 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 Das ist extrem nervig gerade. Das ist extrem nervig gerade. Das ist extrem nervig. Das ist extrem nervig gerade. Das ist extrem nervig. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, wo hier der Übergang ist. Das ist extrem nervig. Was habe ich denn hier gemacht? Das ist totaler Blödsinn. Das gehört gar nicht hin. Das ist extrem nervig. 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 Zum Glück gibt es ein maximales Limit, wie schnell man mit dem Elytra werden kann. Das ist extrem nervig. 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 Ich lege das. Das ist extrem nervig. Ich legekbench���rakte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So bis hier Ich bin gerade komplett verwirrt Und schon wieder Stack-Raketen gewastet Da habe ich gerade extra geguckt, dass es aus ist So, boom Ich muss eh wieder Zu Raidfarm und dann auffüllen So, mit free camera, so Ne, ich mache es gerade wieder falsch Kann ich es denn nicht einfach richtig machen? Das gehört noch zum Arm Und der, oder darunter, die Markierung gehört auch zum Arm Hier ist ja eben irgendwas So, mit einem Oh! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, was habe ich jetzt hier? Ich habe die Freecam leider auf F1 und F3 in Kombi gelegt. Das funktioniert leider nicht immer so gut, wie es soll. Das war's für heute. Das heißt aber, das hier muss eins zur Seite. Das war's für heute. Das war's für heute. Hi Tony, willkommen zum Stream. Das war's für heute. Das war's für heute. Jawohl, dann machen wir den hier. Dann geht's nämlich hier wieder weiter, aber ich denke ab hier machen wir dann rot. Das ist... gerade echt nervig, so ist gerade echt nervig. So, es ist off. So, du kommst hier. So, du kommst hier. So, jetzt will ich mal, jetzt will ich mal wissen. So, jetzt will ich mal gerade mal wissen... jetzt, warum geht das gerade nicht auf? drei, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke. Ich verstehe. Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Das hier ist falsch. Das hier ist falsch. Okay. Oh, ich finde... Ich kriege hier gerade die Krise. Wenn hier zwei ist und dann nehmen wir hier... Okay. Okay. Doch. Passt. Dann habe ich nur da unten Fehler gemacht. Ich schreib. So, ich gehe. Vielen Dank. Vielen Dank. Orange. Vielen Dank. Das war jetzt aber eine schwerere Geburt, als es jedes Recht hatte zu sein. Jetzt zieht er, weil er... Jetzt ist die Laut Lightmatica natürlich prominent und zieht stattdessen den Stein, der da eigentlich hin soll, von der Schabwohnung, die ich genommen habe, statt das Glas. Also eigentlich im Sinne von, dass die Schematik sagt, da ist Stein. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall schneller als beim Gegenpart. Ich meine, wir waren jetzt gerade, wie gesagt, habe ich gerade total den Aussetzer gehabt. Okay. 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 Drei. 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 Also das ist falsch. 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 Vielen Dank. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ergibt mehr Sinn. Jetzt machen wir hier auf der anderen Seite das noch auch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. So, dann fehlt jetzt nur noch der Kork. Okay, er hat tatsächlich auch am Kopf Körperzeichnung. Links ist es hier, also am Schulteransatz. Und rechts ist es. Und rechts ist es ein bisschen versetzt. Und hinten hat er hat er halt auch noch am Hinterkopf. Oh, okay. 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 Oh 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 So Haben wir das auch Jetzt brauchen wir noch Ja Jetzt brauchen wir Nur noch Jetzt erstmal so bis zur Mitte Können wir das hochziehen Wie sieht es? Steintechnisch sieht es noch gut aus Rocklights Sehen auch noch gut aus Wir haben kein Doch wir haben Okay ich wollte schon sagen Ich dachte für einen Moment Wir hätten kein rotes Glas mehr So eine Ebene noch So eine Ebene noch Ich kann ein bisschen Ich bin mir noch mal Ich bin ein Ich bin der Ich bin der Ich bin der Und er auch noch so Und ich werde es Aber ich bin der Wo ich的 So genau, wir haben nichts an der Seite gemacht. Das heißt, zwei, drei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das ist da nicht richtig, weil ich hier eher die Pupillen mittig habe. So, das ist da nicht richtig, weil ich hier auch die Pupillen mittig habe. So, das ist da nicht richtig, weil ich hier auch die Pupillen mittig habe. So, das ist da nicht richtig, weil ich hier auch die Pupillen mittig habe. So, das ist da nicht richtig, weil ich hier auch die Pupillen mittig habe. So, das ist da nicht richtig, weil ich hier auch die Pupillen mittig habe. So, das ist da nicht richtig, weil ich hier auch die Pupillen mittig habe. Ah, das ist noch nicht ganz korrekt, was ich hier habe. So, das ist da nicht richtig, weil ich hier auch die Pupillen mittig habe. So, das ist da nicht richtig, weil ich hier auch die Pupillen mittig habe. So, das ist da nicht richtig, weil ich hier auch die Pupillen mittig habe. So, das ist da nicht richtig, weil ich hier auch die Pupillen mittig habe. So, das ist da nicht richtig, weil ich hier auch die Pupillen mittig habe. So, dann haben wir nämlich hier wieder die Konstellation, dass wir dadurch das Horn richtig ziehen können. So, wir sind langsam an dem Punkt, wo wir die Einblendung nicht mehr benötigen. Zumindest jetzt gerade stört sie. Und hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Hi Joshi, willkommen zum Stream. Ja, okay, den können wir noch einen runterziehen. Nein, aber 2300 schaffen wir heute, wobei, ne, ganz schaffen wir das nicht, weil nach dieser Statue ist auch Schluss, also ich mache jetzt die, also die anderen zwei müssen wir dann beim nächsten Mal machen, aber bis dahin kann ich dann das Schulkerbox-Monster noch ein bisschen aufräumen. So, ja, perfekt ist es nicht, aber, aber was will man tun, ne? Hm. Hm. Ja. Ja. Ja, der hier ist falsch. So, jetzt haben wir auch... So, ja. Das nervt mit... Also, ich muss brauchen... Ich brauche einen anderen Hotkey für Freecam als F1 plus F3. So, aber die... Das da ist auch nicht richtig da oben. Naja, zumindest nicht offiziell, ne? Ja, da habe ich, da habe ich einen Fehler gemacht. Das ist, äh, das muss ich... Das muss ich noch korrigieren gleich, also bei beiden. Oben ist nicht... Das hier, das da muss Stein sein. Zumindest halt so irgend... Ja, oder? Ne, es... Ne, es ist richtig. Hä? Das ist mega der Abfuck, weil sie, äh, weil an den Stellen haben diese Skins halt, ne? Dass die diesen... Dass die diesen zweiten Layer mit nutzen. Und das ist halt mega der Abfuck, aber bei ihm ist es zu viel. Ne, okay. Ne, es ist einfach nur... Das ist zu viel. Hier dieser... Diese... Diese eine Reihe. Das Problem, wie gesagt, mit den Ecken, klar, das streitet sich natürlich. So. Das ist okay. Dann machen wir das gleich auch noch bei dem anderen richtig. Das Problem ist halt mit dem Hotkey, dass die ganzen Mods halt alle ihre eigenen Hotkeys haben. Mal gespannt, wie unterschiedlich die Länge sind. von den... von den Replay-Mod-Dateien gleich sein werden. Weil ich hab das Gefühl, so krass auseinander werden die nicht sein. Obwohl wir bei ihmchen hier wesentlich effizienter gearbeitet haben dürften. So. 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 Das ist hier später nicht spawnt. So. 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 Damit sind zwei schonmal durch. Ich hoffe, dass jetzt noch Nacht wird. So. 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 da den Statuen so in dem Zustand ein Mund fehlt. fehlt hier nur so ein bisschen der Ausdruck. Aber. So. 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 Wir machen kurz, wir lagern einfach mal ein paar von den Froglights hier ein. Dich benötigen wir hier nicht mehr. So, zwei Stacks von jeder Farbe einfach mal hier behalten. Hi Geo, willkommen zum Stream. So, rotes Glas sollten wir ansonsten hier nicht mehr benötigen. Orangenes Glas dafür aber. Wo ist mein orangenes Glas? Haben wir das orangene Glas komplett verbraucht? Ist das tatsächlich passiert? Das kann doch nicht sein. Aber hier habe ich jetzt auch gerade keine Schulkerbox stehen lassen. Dann muss ich auf jeden Fall noch orangenes Glas mitbringen. Ich meine, das wird ja nicht das Schlimmste sein. So. Zyran werden wir, denke ich mal, auch nicht mehr benötigen. Das kann doch nicht die Possibility sein. Es ist aber anscheinend. Wir haben echt keinen orangenes Glas mehr. Ich muss gleich mal, welches craften davon auf jeden Fall. So. Ne, warte. Ah, ich habe es in der Schulkerbox gehabt. Pass auf. Das ist sowieso ein bisschen ungünstig, was ich hier mit der roten Schulkerbox gemacht habe. Ich will schon sagen, ich hatte doch so viel orangenes Glas gemacht. Wir können auch unmöglich so viel davon verwendet haben. So. Haben wir. Wir legen mal zwei davon zur Seite. Ist vielleicht nicht so ungünstig, dass wir keine, äh, dass wir keine orangene Farbe hier haben. Hier. Also da müsste man vielleicht nochmal vorsorgen. Steintechnisch sind wir, ja, steintechnisch sind wir versorgt, würde ich mal behaupten. So. Rotes Glas benötigen wir hier jetzt nicht mehr. Orangenes Glas werden wir noch wahrscheinlich benötigen, zusammen mit dem Gelben. Blaues, Light Blue und Zyran. Sehe ich eigentlich nicht. Wir behalten mal ein bisschen was von allem hier. Aber der Rest kann wieder in mein Sortiersystem. Du kannst ein Sortiersystem und das andere auch. Weil dann kriegen wir eigentlich auch mal die Schulkerboxen wieder. Also hier sind ja sehr, sehr viele Schulkerboxen gebunden. So, pass auf. Die Schulkerbox behalten wir auch hier. Falls wir irgendwas am Sockel, in den Sockel noch machen müssen, dass wir hier Smoothstone haben. Der Rest kann auch wieder nach Hause. Jawohl, du kommst auch mit. So, wir brauchen im Moment gerade keine Lichtquelle unmittelbar. So, wir sehen tatsächlich von hier aus nicht so... Okay, wir müssen ein bisschen Platz schaffen. Also ein paar Bäume müssen da weg. Aber wenn ich mir das angucke... Es nimmt Gestalt an. Also ich finde das mit dem Shader und mit dem farbigen Blocklicht... Ich kann es nicht anders sagen. Es ist extrem cool. So, pass auf. So, dann mache ich auch einen Screenshot von... Möchte ich einfach diese Wasserspiegelung an. Das ist noch nicht ganz Minecraft RTX Level, aber ich bin... Ich bin happy. So langsam gewöhne ich mich auch an die Farbwechsel, die wir hier eingebaut haben. Ich meine, gut, wenn wir ein bisschen zu schnell sind, dann schimmert das da ein bisschen. Aber so... So ist es okay. Und wie gesagt, wenn dann hier die zwei Statuen auch noch da sind... Ich glaube, das wird ganz schön. Nur halt, wir müssen hier ein paar Bäume hinkriegen. Aber das können wir halt erst machen, wenn wir die Statue gebaut haben. Weil dann wissen wir erst, wie die Aussicht sein muss. Oh ja, in der Richtung ist es halt... Müssen wir ein bisschen gucken. Wie viel FPS holst du gerade raus? Dafür müssen wir das anmachen. Performance Extrastar. Haben wir mal FPS in FPS Extended? Also das ist, finde ich, kann man mit leben. Also ich habe zumindest nicht das Gefühl... Also ich finde, es ist flüssig. Ich habe nicht das Problem, dass ich jetzt irgendwie das nicht steuern könnte. Ich habe das Gefühl, es ist noch ein bisschen weniger geworden seit dem letzten Shader Update. Aber ansonsten ist es eigentlich okay. Okay, aber wie gesagt, wir sind jetzt viereinhalb Stunden dran. Und ich bin aber sowieso ein bisschen später angefangen als sonst. Ja, die anderen zwei Statuen machen wir dann, denke mal, beim nächsten Mal oder so. Wenn auch immer das sein wird, weil Donnerstag fällt auf jeden Fall der Stream aus. Und ich weiß auch nicht, ob ich samstags, ob ich da streamen werde. Ich darf jetzt dabei sein. Und ansonsten enden wir mit Blahai.